Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wird dir erklärt, wie du Punkt- und Achsenspiegelung unterscheiden kannst. In der Abbildung sehen wir ein Fünfeck, welches links an einem Punkt und rechts an einer Achse gespiegelt wurde. Um zu bestimmen, ob ein Körper an einem Punkt oder an einer Achse gespiegelt wurde, kann man sich folgende Kriterien anschauen. 1. Deckungsgleichheit Bei einem Körper, der an einem Punkt gespiegelt wurde, sind die beiden Körper deckungsgleich. Im Text findest du hierzu eine Abbildung. Wenn ein Körper jedoch an einer Achse gespiegelt wurde, sind der Ursprungskörper und der gespiegelte Körper nicht deckungsgleich. Du kannst dir vorstellen, dass das Blatt an der Spiegelachse gefaltet wurde. Dann liegen die beiden Körper genau aufeinander. 2. Der Richtungssinn der Buchstaben Normalerweise werden die Ecken eines Körpers gegen den Uhrzeigersinn buchstabiert. Bei dem gespiegelten Körper bleibt der Richtungssinn bei der Punktspiegelung beibehalten. Bei der Achsenspiegelung dreht er sich jedoch um. So sind die Ecken dann im Uhrzeigersinn benannt. 3. Werden zwei Punkte und dessen Spiegelpunkte verbunden, so schneiden sich die beiden Geraden bei der Punktspiegelung, im Spiegelpunkt. Bei der Achsenspiegelung liegen diese parallel zueinander. Dies können wir an der Abbildung erkennen. Es sind jeweils A und A' und B und B' verbunden. Schauen wir uns eine Beispielaufgabe an. Dieses Viereck und seine Spiegelung sind abgebildet. Nun sollen wir bestimmen, ob das Viereck an einem Punkt oder an einer Achse gespiegelt wurde. Mache kurz das Video auf Pause und versuche es selbst herauszufinden. Schauen wir uns die Lösung an. 1. Deckungsgleichheit. Es ist schwer zu erkennen, ob die beiden Vierecke deckungsgleich sind. Daher schauen wir uns zunächst die anderen Punkte an. 2. Der Richtungssinn der Buchstaben wurde geändert. Dies deutet darauf hin, dass das Viereck an einer Achse gespiegelt wurde. 3. Verbinden wir die Punkte, bilden sich zwei Parallelen. Also können wir sicher sein, dass das Viereck an einer Achse gespiegelt wurde. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.